In diesem Video erfährst du, wie du mit dem Tool Similar Content deinen Blogbeitrag überprüfen kannst, ob er bei Google gut renken wird oder tatsächlich online ist, ob er gut renkt und vor allen Dingen, was du machen musst, damit er besser rennt. Und zwar nehmen wir jetzt mal hier als Beispiel einen Beitrag von Tanja, Geld verdienen und der Kleinanzeigen-Fripping. Ich nehme an, dass das hier schon das Keyword ist. Du kopierst dir zunächst mal den Beitrag, die URL und öffnest Similar Content. Falls du den Zugang noch nicht hast, dann schweig mich bitte nochmal an, damit ich ihn dir gebe. Jetzt gucken wir uns mal nicht an, was das hier grundsätzlich ist alles, sondern wir schauen uns nur den Content Optimizer an. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal kannst du es reinschreiben, einmal kannst du es rüberkopieren. Das mache ich jetzt. Ich füge also hier nur den Link ein und sage, fetch mir den Text. Jetzt ziehe ich den Text raus aus dem Beitrag. Und jetzt kann ich noch sagen, auf welches Keyword soll das optimiert werden. Ich nehme jetzt mal dieses Keyword hier. Es macht sowieso Sinn, das Hauptkeyword in der Überschrift zu haben. Und achte darauf, dass hier Deutsch eingestellt ist. Und dass hier der Search Engine auch Deutsch eingestellt ist. Und dann sucht die. So, was macht er jetzt? Das war jetzt relativ schnell, weil ich es vorhin schon mal gemacht habe. Es dauert normalerweise länger. Dadurch sucht jetzt Google nach den ersten zehn Einträgen und schaut, was die ersten Einträge besonders gut macht. Und vergleicht es mit deinem. Und dann sagt er dir, du siehst ja das Ergebnis, es sind 18 von 100 Punkten. Das heißt, es ist überhaupt nicht gut optimiert, was du besser machen kannst. Und zwar sagt er dir ganz konkret, du musst das Wort flippt, Facebook, User, finden, ändert und so weiter und so weiter. Musst du wenigstens ein, zweimal benutzen. Also er schreibt auch genau wie oft 0,2 Prozent in den Beitrag. Und als erste Maßnahme würde ich dir jetzt empfehlen, mal einen Satz oder zwei oder drei Satz zu schreiben, wo diese Wörter drin vorkommen. Sobald du das erledigt hast, das hier veröffentlicht hast, nimmst du diesen Link nochmal, kopierst es dir nochmal rein und lässt ihn nochmal verfolgen. Dann wirst du sehen, dann ändert sich hier die Sozialschuldung. Und ja, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das Ganze ist. Ich könnte nur eins sagen, die Beispiele, die ich bei mir jetzt schon gemacht habe, bei den Beiträgen, und ich glaube so fünf Beiträge, funktioniert das unfassbar gut. Also dieser ganze Blogbeitrag wird jetzt so viel besser angezeigt. In diesem Sinne, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video. Ciao.